Hallo Pflanzenfreunde, mein neues Projekt. Unter unserer Hängeesche soll eine Baumbank entstehen. Normalerweise sind die sechseckig. Mein Plan ist siebenecken, denn normal kann jeder. Nein im Ernst, ich habe noch jede Menge Bretter übrig, die ich verbauen will und die sind 68 cm lang. Damit ist die Außenkante vorgegeben. 6x68 ist einfach zu klein, 7x68 ergibt den perfekt passenden Umfang. Also dann ans Werk. Söpfe Musik 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 Am Zwischenergebnis erkennt man schon, was es mal werden soll. Diese Stellen werden etwas knifflig, denn hier treffen drei verschiedene Winkel aufeinander. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.